und zweitens verhalten die spieler nicht so blut es ist richtig scheiße wenn er mich sieht ok atmen da kann munition oh ist jetzt ganz schön nah ne 2G 1,1,1 Gatsche weg, Gatsche weg, Gatsche weg Gatsche weg, Gatsche weg verarzen ja jetzt würde ich noch gerne mal zurück und die Leiche durchsuchen zu besuchen zu besuchen mit sich ich glaube das was ich jetzt mache ist Selbstmord BOOM hohohohohoho mein SOB da haben wir Waffen nein das ist das ist das ist das ist ein zwischen es wie er wurde die viel magaziniert drinnen für AK-50. Ja, ich nehme einfach den. Ach nee. Fuck! Überlebe ich nicht. Scheiße, ich hätte es aufpassen müssen. Scheiße. Nee, keine Chance. Alter, fuck, 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 fuck. Ach, schneller. Komm, bitte, 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 bitte. Da muss ich denn auch noch da rauslaufen, Mann. Scheiße. Ich will jetzt nicht sterben. Bitte nicht. Gott. Da muss ich scheiß Musik an. Scheiße. Ach, kack. Ja, okay, war ab. So laut. Ne, jetzt guck ich so vorher nach, woher die Muskik kommt. Und, da war ich auf der Raten. Genau, Werbung. Irgendwo. Ich weiß selber nicht wo. Und warum. Hier hin. 8.000, scheiße. Das ist zu weit. Ich möchte irgendwie abwerfen. Vorne ist die Stadt, in der ich mich betoten lassen kann. Das lasse ich jetzt nicht so, ne? Ich komme da nochmal zurück, aber ich werde das Zeug nicht retten können, weil es gleich wüster ist. Eine Granate dabei? Ne. Ich hätte mir doch vorhin Fahrrad kaufen können. Ach Gott, bin ich blöd. Sieben Kilometer ins... Ne, ich müsste... 6 km h... 60 km h vom Fahrrad, das ist nicht möglich. Mach das mal kurz zum Fahrrad. Damit ich schnell in die Stadt komme. Vielleicht hältst du mir auch einfach einen Unfall, warum bin ich dann tot? Und dann geht's mal kurz. Spieler. Hallo, ich bin der Fahrradmörder. Die. Ja, ich. Na, ja, es ist gut, ich wollte ja sterben. Ja, ich的. Mal, ach... Ja, haut hin. Eigentlich in den paar Minuten scheiße. Ich muss einfach schon mal auf dem Weg dahin. Und das wüstert. Mach ich so, doch noch weiter, weil ich jetzt will ich weiterzocken. Jetzt ist mein... Ich will meine Sachen wieder haben, Instinkt geweckt. Wenn ich da jetzt als erstes hinkomme, ne? Und dann noch keiner vorher war. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Jetzt bin ich schneller. Ich bin viel schneller, als ich erwartet hatte. Cool. Das wird wahrscheinlich auch nicht in vier Minuten hinhauen. Ich bin viel schneller, als ich erwartet. Ich bin mehr noch auf dem Weg.